In dieser Lektion erfahren Sie, wie Sie den VSFTPD Very Secure FTP-Ding installieren. Dieser FTP-Server erhebt den Anspruch, sehr sicher zu sein. Mit dem Befehl Appitude beginnen Sie die Installation der VSFTPD-Pakete. Wie rasch das geht, hängt von Ihrem System ab. In diesem Video erfahren Sie, wie Sie unter Debian Greenux den VSFTPD, also den Very Secure FTP-Dämon, installieren. Einen FTP-Server, der selbst den Anspruch erhebt, ein sehr sicherer FTP-Server zu sein. Und in Debian Greenux funktioniert die Installation im Vergleich zu anderen Distributionen eigentlich sehr ähnlich. Einziger Nachteil ist, dass Sie bei Debian Greenux keinen voreingestellten Desktop haben. Das heißt, welches Programm zur Paketverwaltung Sie verwenden, ist in diesem Beispiel nicht vorhersehbar. Ich werde deswegen den Weg auf der Konsole, also die Installation des Programms auf der Konsole, am Beispiel von KDE beschreiben. Beispiel Distribution ist, wie schon erwähnt, Debian Greenux in der aktuellen Version 4.0 mit dem Codenamen Edge. Um die Installation zu starten, klicken Sie zunächst unten links auf das K-Symbol und klicken Sie im Eintrag System auf Konsole Terminal Programm. Damit öffnen Sie ein Terminal Programm und in diesem haben Sie die Möglichkeit, den Debian Paket Manager Aptitude aufzurufen. Das tun Sie am besten, indem Sie zunächst mit dem Befehl SU die Rechte des Systemadministrators root erlangen. Drücken Sie Eingabe und geben Sie das Passwort des Systemadministrators ein. Sie sehen dann, dass sich der sogenannte Prompt an der Konsole verändert, um sicherzustellen, dass Sie auch tatsächlich root sind. Falls Sie nicht sicher sein sollten, können Sie auch den Befehl ID eingeben. Und dann sehen Sie vorne UID gleich 0. UID gleich 0 bedeutet, Sie sind jetzt tatsächlich mit den Rechten des Systemadministrators unterwegs. Geben Sie danach den Befehl zur Installation des FTP-Servers ein. Dieser lautet Aptitude Install VS FTPD. Mehr als das müssen Sie im Grunde gar nicht eingeben, denn was das System zu tun hat, weiß es nach der Angabe dieses Befehls praktisch von alleine. Warten Sie, bis die Installation des Paketes mit dem Herunterladen deserbigen vom offiziellen Libyan-Server anfängt. Und wenn dieser Prozess abgeschlossen ist, dann sehen Sie eine Erfolgsmeldung im Stile von Starting FTP-Dämon. Wundern Sie sich nicht, falls die Installation etwas länger dauert. Dies kann insbesondere dann vorkommen, wenn Ihr System schon relativ lange installiert ist und dementsprechend die Paketdatenbank angewachsen ist. Die letzte Meldung ist wie schon gesagt Starting FTP-Server VS FTPD und wenn diese Meldung auf Ihrem Bildschirm erschienen ist, dann können Sie sicher sein, dass der VS FTPD installiert ist und auch schon läuft. Der nächste Schritt ist die Konfiguration des Programms.